Philipp, wo ich dich gerade hier habe, machst du mir ein Espresso vielleicht bitte? Aber gerne. Dankeschön. Wie darf dein Espresso denn sein? Ruhig ein bisschen stärker heute Morgen. Ein bisschen stärker? Ja. Zum Wachwert? Gerne. Dann wählen wir für dich einfach mal drei Bohnen aus. Mein persönlicher Favorite ist sehr wenig Wasser. Wie sieht es bei dir aus? Ja, gerne. Dann lassen wir es einfach bei einem Tropfen Wasser stehen. Ich danke dir. Gerne. Schmeckt er dir? Dankeschön. 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 Dankeschön.